Hallo und herzlich Willkommen! Mein Name ist Jörg vom Kanal. Hier aus Lüdenscheid. Wir müssen uns heute einfach stein reagieren. Heute ist der erste Tag. Ganz guten Tag, wir waren eigentlich noch im Moviepark. Und eigentlich schon zuhause. Nach uns dann komm, heute ist Feuerwerk. Lasst uns mal hier hin fahren. Wenn man schon mal im Saarland wohnt, sollte man auch den hier besuchen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Bis zum nächsten Mal. сто dwells. Donn嗯 training. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vorsicht, bübel auf! So! So, alles klar! Komm schon! Packen wir uns ganz langsam an! Okay, da möchte jemand raus! Oh Leute! Schön! So, bübel zu! War es doch schön? Was? Ja! Ja, da sind die Jans unentschlossene, weißt du? Genau! Ja, okay! Beim nächsten Mal haben Sie Finger! Bleiben Sie drinnen? Ja! Das war ja alles! Ja, das war ja alles! Das hilft mir nicht! So! Alter, komm schon! Jawohl! Center, den sch�! Wow! Yeah, da ist das nicht so Roosevelt! Dann müssen wir fallen? personally flachstern, vor dem Shekr! really auf der Werder aus Eddierich Holden! Wir haben noch ein Abhängiges an Devil! späte cholesterolger! ganz einfach in Zav Mercy! wirklich Milan! Did you subscribe, okay? Das war ja immer so ein Abhängiger! Ja, 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 ja. Also das ist absolut sehr gut, was da drauf abgeht. Wir haben allein schon seit einem nur gebraucht, um Leute überlegen zu lassen, ob sie mitfahren wollen oder nicht. Oh mein Gott, ist das intensiv, das ist auf gar keinen Fall was für Kinder, auch nicht was für Leute, wenn es schnell schlecht wird, es ist unnormal intensiv dieses Fahrzeugwerden. Wir haben drei Stück maximal hintereinander, das ist so intensiv, wenn ihr es sehen, ihr möchtet mit dem, es ist mein Top 1, mein Leiter ist unfassbar geil. Eine Runde Flipper geht heute auch noch mit, danke dafür. Oh, ich habe Flipper. Ich hoffe, ihr habt alle gute Laune mitgebracht. Mann, Mann, Brands! Jetzt haben sie es kaputt gemacht. Der liegt da. Oh, 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 oh! Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Läggen! Läggen! Nein, nein! Nein, nein! Das ist der Beste, Mensch! Das ist ein Schuss, Alter. Oh, ha ha ha! Es war's für dich! Hahaha! Hey! Oh, das war's! Oh, das war's! Oh, das war's! Oh, das ist ganz schön! Oh, das war's für mich! Start! Alter, auf die Patsche! Hau rein jetzt! Good girl! Abweíre空! Ohh!! Oh! Oh... Yeah! NOLD!!! Was da gut drunk! Oh mein Gott, oh mein Gott! Sie haben mich. Sie haben mich. Ey, der hat doch noch eine Hand gemacht. Ihr habt es geschafft, ihr habt es geschafft. Wir erinnern euch wieder die Küche da oben auf, dass wir uns da oben ausdrücken. Also man, das ist ein riesiges Dank an den Ziffer von Langhoff hier für die unglaublich geile Fahrt, die wir eben gesteckt bekommen haben. Mega vielen Dank. Sechs Minuten ungefähr, einfach nur krank. Als nächstes geht es jetzt auf die Silbermine. Wie kurz wird es mit uns ausgesponsert? Vielen lieben Dank. Einmal eine Runde, vielen Dank. Vielen Dank, ich sage jetzt ganz lange. Hallo. Gut. Ich bin noch eins. Ja, du wirst gar nichts. So, Count is Count, ihr wisst, wir fahren aber eine Runde und bekommen den Zug voll. Hoffe ich. Jo, da haben sie recht. Also Count is Count, ich hole mir jetzt meinen 56. Count, also von daher muss ich nur immer rein in die Nasse. 100 irgendwas bei mir, ich habe keine Ahnung mehr. Perfekt. Gut. Das ist Count. Es ist Count. Und vor allem, wenn es so lustig ist. Als nächstes geht es um den X-Force. Ich meine, Deutschland war der Eifeljahrtig. Würde ich noch nie gefahren, mit meinem Heiko langsam. Alles klar Freunde, wir legen los. Wie schaut es denn aus hier? Wollt ihr noch eine Runde? Das geht lauter. Wollt ihr noch eine Runde? Alles klar Freunde, einer geht noch. Einen packen wir noch. Und jetzt Renata Baby WOOOOO 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 . Oh ja, die Welt! Alles ab, Leute! Es geht los, wir starten in die Maschine! Let's get ready, baby! Oh ja, die Welt! Oh ja, die Welt! Wow! Wow! Oh ja, die Welt! Also, ernsthaft, hat sich vorerst aber eine recht kurze Partner da gehabt. Oh, 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 oh! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich fand es schön, es war auch echt lang, sieben Minuten, wenn nicht Bonzi Menschen so behindert wären und total in die Kamera greifen würden absichtlich. Ich filme nach oben und er macht so. Ich liebe Menschen, ich liebe Menschen. Ja, wir gehen jetzt Richtung Hervaiswing. Ob ich mit verweis, weiß ich noch nicht. Ja, ja, mal schauen. Ja, mal schauen. Ich meine, die Musik läuft nicht, wenn ich... Natürlich, dann machen wir es doch mal. So richtig, hektisch. Spielen hektisch. Ja. 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 Perfekt. Ja. Ich fand es gut. Besser als mal nur der Stress, ne? Dann sind wir nicht okay. Ja. 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 Wir haben noch ein bisschen gesprossen. Danke für den Fahrschubbring. Danke. Jetzt schauen wir gerade und die Krengefahrt von Comland. Ticke, zacke, ticke, zacke. Reile, reile. Passt perfekt. Und gleich letzte Fahrt, wahrscheinlich auch mal vor so 13, es ist super Stimmung, es ist mega befüllt, es hat richtig keiner Platz. Fremde mal ein genaueres Riff. Das Spiel mit dem Nichtssehen geht schon wieder los, ich hab überhaupt den Boost Mode, ich halte ihn an, also wie gesagt wir gehen jetzt zum Auto. So, zu dem Platz an sich, der Platz ist super schön, er wirkt am Anfang wie ein Innenstadtkirmes, mit so einer Art dünnen Gang, dann kommt ihr direkt zu auf Apollos 3 auf der rechten Seite und lauft, LKW, alles klar, und lauft genau geradeaus zu, auf Devil Block. So, dann ging's nach links und auf einmal wird diese kleine Straße ein ganz großer Platz, wo in der Mitte Around the World in Congo steht und noch ein Gierzelt, glaub ich, ein Festzelt. Und ihr könnt einmal draußen herumlaufen. Am Ende, sag ich mal, von diesem außen herumlaufen ist der Propeller von Ordelmann und dahinter sind die ganzen Camping- und Wohnwagen, Camping- und Wohnwagen, was ein Sinn. Also von daher wirklich den Platz an sich sehr, sehr schön, es war heute sehr, sehr voll, hat sich aber nur an einer Stelle recht gestockt und zwar zwischen einer Losbude und einem Essensstand war das, glaub ich, verständlicherweise, weil die auf beiden Seiten da stehen. Macht auf jeden Fall Sinn. Zu den Fahrgeschäften. Es ist eine super Bestickung von A bis C, perfekt. Eine größere Achterbahn könnte dann noch hin, muss aber nicht, weil wir ja eine Silbermine haben als kleine Achterbahn und X-Post daneben, wo normalerweise vor drei Jahren halt Crazy Maus gestanden hat. Dafür kann man ein Fahrgeschäft jetzt und keine Achterbahn. Die Länge der Fahrgeschäfte war auch okay, obwohl es so voll war. Klar, wir kriegen keine 10 Minuten Fahrt, das ist total bewusst, das ist mir klar. Ein riesen Dank an den Flipper von Langhoff für die Gratisfahrt. Wirklich nochmal unbesteilte Werbung. Riesendank, Fahrt ihn, macht Spaß. Dann herzlichen Dank nochmal an Kim, Simon und die anderen Chaoten, denen ich mich gerade nicht kenne, für den ganzen tollen Abend. Mega Spaß gemacht. Danke an mein Freund, dass wir auch noch hingefahren sind. Denn wir sind heute eigentlich im Moviepark gewesen, waren auch schon zu Hause und sind ganz zwei Stunden zu Hause gewesen und dachte, komm ab zur Kirmes. Das Feuerwerk, was heute stattgefunden hat, das erste Eröffnungsfeuerwerk, war auch schön. Knapp sieben Minuten, echt laut und echt viel. Wir haben perfekt gestanden, nicht zuvoll, aber auch nur. Zu den Menschen. Es gibt nette Menschen, es gibt assi Menschen. Wenn Menschen mir in die Kamera fassen. Ich glaube, so viel Selbstbewusstsein habe ich noch, um dann beleidigend zu antworten. Wie du mir und du beleidest mich in meiner Kamera, so beleide ich dich in Worten. Irgendwann fange ich mir damit eine richtig öffne Schnauze, das wette ich mit euch. Aber ich drehe dann zurück. So viel zu dem Thema. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, zwischen Propeller und Apollo 13. Apollo 13 ist intensiver. Es zieht ein bisschen an den Füßen und ihr habt extrem den Wind. Beim Propeller habt ihr eine einfach längere Fahrt und ihr fliegt. Weil ich ja so beschreiben kann. Ich weiß nicht, wieso es beschreiben soll. Die Sitze sind freischwingend, ab und zu nicht immer angewinkelt. Also feste und manchmal nicht feste. Und deswegen fährt man auch ab und zu mal über Kopfinitionen durch. Was beim Propeller halt gar nicht passieren kann. Also Propeller ist ein bisschen chilliger. Ein bisschen chaotischer. Man ist überall und nirgendwo. Und Apollo 13 ist eher so frillig und eintönig. Kann man fast schon sagen. Herr Weißding ist für mich der bessere Musikexpress. Der Breakdance von... Ja, weißt du mal was? Ich habe mich eben vertan. Macht auch Spaß. Ist aber nicht so gut wie das von Bonner. Und man kann auf Bonner einfach besser spotten. Auch auf dem Großen. Und klar, auch dem Großen von Dräberstein kann man auch nicht so gut spotten. Das ist auch klar. Ich laufe ja schon. Über die rote Arme. Was mache ich hier für einen Scheiß? Wir sind Gangster geworden, wisst ihr? Das war unser Tag hier auf Wühlenscheider Kirmes. Standes Kirmes. Ihr könnt übrigens kostenlos hier parken. Nicht weiter, die fährt, müsst ihr halt ein bisschen laufen. Und die Kirmes macht nicht frühzeitig zu. Wir haben schon nach 9 Uhr. Obwohl der Platz nur bis 9 Uhr offen haben sollte. Und die fahren immer noch. Mit Licht und allem drühen und dran. Tote Kirmes. Besucht sie gerne. Es ist komplette Kirmes. Keine Wasserflicht. Kein Abstand. Gar nicht ganz normale Kirmes wie damals. Wie damals. Nur vielleicht ein bisschen voller. So. Ich hoffe euch hat dieses Video gefallen. Und ich gebe euch vielleicht mal morgen früh ein Update. Wie es meiner Stimme geht. Denn da geht es gerade gar nicht gut. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.